Das ist besser als jeder. Kommen wir nun zur Kennenvorstellung. Der Käfer in der Braunecke vom Athleticlub Neumünsner feiert heute sein Debüt eingewogen mit 81 Kilogramm. Marc Herrendorfer! Ihm gegenüber der Gegner in der Roten Necke vom Team Fehlmess mit zwei Siegen und einem Unentschieden. Mark Sneri! Ich bin übergegeben. Ich bin übergegeben. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90. Hüttel raus! Raus! Schnell! Schuhe da! Schuhe da! Alles schön! Schuhe da! Wunderbar! Wunderbar! Weitere! Wunderbar! Wunderbar! Hüttel! Gute Arbeit! Hüttel! 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 Super! Hüttel! Hüttel! Ja, gut! Hüttel! 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 Wunderbar! Pass auf den Haken auf, pass auf den Haken auf, pass auf den Haken auf. Pass auf den Haken auf, pass auf den Haken auf, pass auf den Haken auf. Kommen wir zum Ergebnis. Sieger durch Terrault nach 1 Minute und 58 in der ersten Runde vom Team Felix Bay. Kommen wir zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.